Herzlich Willkommen zur Verleihung des Deutschen Handelspreises des Branchen-Oscars. Ich bin mir sicher, dass diese Reise des Unternehmens noch lange nicht zu Ende ist. Der Deutsche Handelspreis 2024 in der Kategorie Mittelstand geht an SMO. Großen Dank an all unsere Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben, das zu werden, was wir sind. Er wollte angreifen und nicht nur verteidigen. Der Deutsche Handelspreis 2024 in der Kategorie Großunternehmen geht an Thalia. Das Buch, die Buchbranche, wie als Buchhändler ausgezeichnet zu werden, also ich bin riesig stolz. Das Gesicht des Handels 2024 geht an Ali Dieten. Warum haben Sie sich entschieden, genau da zu arbeiten, wo Sie jetzt sind? Das Nehmen füllt die Hand, das Gehen füllt das Herz. Ach, scheiße. Und genau darum geht es mir immer. Er steht gerade mit seinem Unternehmen vor der größten Akquisition seines Lebens. Der Deutsche Handelspreis 2024 in der Kategorie Lifetime Award geht an Thorsten Teller. Vor 14 Jahren habe ich den ersten für Fresshub bekommen und er ist in der Vitrine bei uns, wo alle Mitarbeiter Zugang haben, den sehen, alle stolz drauf sein können. Auch wenn das jetzt ein sehr persönlicher Lifetime Award ist, finde ich, haben ihn alle verdient und da kommt er hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020